Ich habe etwas sehr Besonderes für Lainey. Wow, ein Teddyman. Dieser Bär ist einzigartig. Dieses Geschenk wird deiner Familie viel Licht bringen. Oh, er ist so süß. Ein neuer Freund. Oh, Wahnsinn, erleuchtet. Siehst du das? Erleuchtet tatsächlich. Ein alter Freund, der sich verlassen fühlt. Lainey hat vor ihren Freundinnen immer mit mir angegeben und jetzt dreht sich alles nur noch um diesen stinkigen Teddy. Ich frage mich, wie lange du vorst, so weiterzuleiten, Aussie-Boy. Hau nicht auf ihn. Ein Moment der Eifersucht. Ich habe einen dummen Fehler gemacht und ihn ihr weggenommen. Führt zu einem Abenteuer, das die Welt noch nicht gesehen hat. Ich kann Ted nicht finden. Ich muss diesen Teddy finden. Nein, er ist weg. Ich bin verloren. Entschuldigung. Da bist du ja. Keine Angst, Kumpel. Ich hole dich da raus. Warte, komm zurück. Oh, oh. Was mache ich jetzt? Ja, ich habe was gefangen. Es sucht jemand nach mir. Sag deinem Teddy, Lebevogel. Denn du wirst ihn nie wiedersehen. Ich lasse dich nicht im Stich, Teddybär. Komm her, sieh dir das an. Ich will diesen Köter. Dean Cain. Aussie wird leichter gefunden. Er ist jetzt ein Fernsehstar. Beverly D'Angelo. Es kann nur eins von vier Dingen sein. Hühnerpups, Pferdepups, Kuhpups oder Bullenpups. Jetzt kann uns nichts mehr aufhalten. Ich bin ein.